So, Leute, hallo und herzlich willkommen zum Amar Cup. Nach langer Abstinenz haben Sterzik und ich gesagt, wir müssen mal wieder ein bisschen competitive werden in Fortnite. Gibt ja jetzt den No-Build-Modus und Amar, ehrenhaft wie er ist, hat, äh, ich glaub, der hat schon häufiger diesen Lost Legends Cup gemacht, ne? Jetzt im No-Build-Version, in der No-Build-Version. Wir haben einige Leute am Start, äh, Winder zum Beispiel, also Capital Bra hat wohl leider abgesagt, aber Farid Bang ist vielleicht Solo da, ansonsten Tanzverbote und Excel, äh, ach, alle möglichen Leute. Seht ihr links unten? Ja, so, das war's. Sterzik, wollen wir mal Shifty Chefs, Alter? Äh, ja, lass uns Shifty Chefs gehen. Da, wo, genau da, wo mein Marker ist? Da ist so eine Bude mit immer... Der, äh, der blaue? Okay, dann gehen wir da beide hin. Yes, geil. Okay. Oh, ich... Es könnte sein, dass da richtig viele droppen, kommen wir erstmal raus. Egal, dann ist es so, ne? Ja, dann kommen wir zu BK. Dann kommen wir zu BK. Richtig. Ja, es gibt sieben Runden, äh, übe viel einfach. Ja, find ich auch. Oh ja, hier, äh, stetsig. Okay, wer ist da oben? Okay, geil. Hier unterhalb wär noch ne Bude, da geh ich mal rein, glaub ich. Okay, hier ist noch eine andere Person oder zwei. Okay, hier ist ein Käpt'n Blauwerdiger. Oh, ne Shotgun. Nehmen wir mal direkt. Ja, sicher, sicher. Okay, lass erst mal hier die, die Grube hier durchlooten, ne? Okay, sehr gut. Junge, was ist das für ne Anzeige? Alles gut. Äh, fightest du, oder? Ja. Okay. Ähm, ich versuch zu dir zu kommen irgendwie. Aber ich hab keine Ahnung, wo lang ist, wo lang ich muss. Ich hab einen. Okay. Ich bin bei dir jetzt. Äh, der andere war drin hier oben. Okay. Ja, wollen wir zusammen einfach den pushen? Warte, warte, komm zu mir, komm zu mir. Hinter mir, glaub ich. Nee, doch nicht. Okay. Ich bin unter dir. Ach so, Junge, Junge. Der lass rein, oder? Ja, könnte noch oben sein. Ich weiß nicht genau. Wir können halt... Lass uns lieber oben pushen zusammen. Mhm. Also, der Name hat mir nix gesagt. Nee. Aber wir müssen... Ja. Der wird wahrscheinlich ein bisschen campen und darauf spekulieren, dass er uns holen kann. Geh mal rein, ne? Äh, ach so, ich dachte, wir arbeiten uns von oben runter, aber ja. Ich seh niemanden hier, Kisten sind leer. Äh, offen, äh, zu noch. Nicht offen. Oh, gute Waffe. Medkit. Ja, vielleicht ist er auch reingehauen. Keine Ahnung. Könnte auch die Mate wiederholen. Ich hör Steps? Ja. Ist das über uns jetzt? Weiß nicht genau, ich komm zu dir. Oder lass uns unten, 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 hier, hier. Da sitzt er. Okay. Ja, jetzt können wir da nicht durch, der Zick. Ja, das war nicht gut. Ich wusste nicht, dass das passiert, tatsächlich. Ja, lass andersrum. Ja. Lass oben raus in den Push. Mhm. Kommst du? Ja. Bist du bei mir? Ja, ne? Ja. Von links. Ja, die ist, äh, weggepusht. Hat sie die Marke geholt und ist in den Shifty rein. Ah, okay. Wir müssen eh dahin, deshalb könnten wir jetzt... Ja, ja, pushen mal. Okay. Wobei, ich hab dieses Thermo-Ding. Ja, gut, egal. Äh, ich nehm rechts den Granatwerfer mit. Okay. Ach, scheiße, jetzt hab... Warte, ich dropp die dir. Hier, zwei Shoals. Hinter dir. Hinter dir sitzt. Ja. Oh, ähm. Könntest du überlegen, ob du das... Oh! Wurde gut beschlossen. Ja, ich auch. Hat einen Hit, aber nur Blue. Ist er alleine? Ja, lass mal pushen. Wo oben, über mir. Ich werde von hinten abgeballert. Ich muss weg. Okay, ich bin down. Ja, ich bin tot. Anonym? Ich wurde von hinten abgeballert. Das war an... Anonym? Ja, ja. Hat leider den Modus da nicht rausgenommen. Achso. Ich wurde von hinten abgeballert, deshalb war ich so low. War da noch ein Team? Ja. Achso. Jetzt weiß man gar nicht, wer das war. Das ist ja kacke. Ja, die haben das halt leider nicht umgestellt, glaube ich. Geil, nächste Runde. Mann. Gut. Ja, probieren wir es nochmal. Abfahrt. So, gucken wir mal auf die Map. Nachstück Geschäfts. Let's go. Da werden jetzt ein paar mehr sein. Aber gerne. Meinst du? Klar. Eben sind wir auch schon direkt rüber geflogen. Aber ja... Ja, egal. Wir können halt einfach versuchen, richtig weit. Nach Chonka Speedway zum Beispiel. Oder Synapse Station. Oder Greasy Groove. Das ist... Das wird richtig heftig, glaube ich. Ja. Ich glaube, Greasy und sowas sind halt so ordentlich. Was ist mit San... Sanctuary T, Digga? Da kenne ich mich halt auch null aus. Ja, ich kenne mich nirgendwo aus. Mach du einen Call. Wir gehen... Wir gehen zum Speedway. Wir versuchen einzukommen. Das habe ich nicht mal aufgedeckt. Ja, da gehen wir hin. Gut. Dann benutzen... Ja, lass es springen. Gut. Übrigens, du kannst halt 200 Leben haben. Also grün und blau. Und dann kriegst du noch 50 oben drauf. 50 Schilder. Das ist nice. Ja, und das legt sich alle 6 Sekunden oder so auf. Ich bin jetzt Fallschirm aufgemacht. Ja. Ich mach jetzt auch mal. Das ist ultra tryhard, was wir machen. Hier sind einige, die noch mitkommen. Echt? Oh ja. So wie ich das erkennen tue. Mhm. Warum habe ich eigentlich dieses scheiß Huhn als Dings? Klatscht immer so schön. So, kommt wer mit uns? Oh ja. Ja? Ja, ja. Links von uns. Okay, wollen wir da landen? Ähm, ja. Okay. Ja, dann gehen wir in die Mall. Ich kenn mich hier halt gar nicht aus, ne? Okay, die landen da hinten. Ich bin in der Grabe. Durch ein Fenster. Okay, ich guck mal, ob ich die direkt abschießen kann. Nevermind. Auf mich wird geschossen. Hm? Auf mich wurde geschossen. Der hat drei Hits. Oh, auf mich wird gesnipet. Okay. Wir halten uns erstmal bedeckt. Das sind auf jeden Fall. Also es können zwei Teams sein. Ja, wollen wir hier links rein? Die Garage ist relativ safe. Ja. Komm mal zu mir. Ähm. Oh. Oh shit. Willst du da ran? Ähm. Wir können halt jetzt einfach links weggehen. Theoretisch. Ja, lass dich doch fighten, oder? Okay. Oh. Okay, von rechts. Also hier war... Oh ja, ich hör einen close. Ja, oben. Wir können hier aufmachen. Okay, jetzt wär ins Auto. Ja. Ja, lass mal versuchen hochzukommen. Okay? Lass uns mal hoharbeiten. Okay, die sind im LKW und hauen glaube ich rein. Alter. Okay, wie kommen wir denn hier hoch? Hier, nimmst du ein Mini? Ja. Ja, aber ich glaube, die sind reingehauen. Ich hab grad einen LKW gesehen. Okay. Kann sehr gut sein. Aber... Geh mal nicht davon aus. Willst du? Ja, ich nehm den mal mit. Bring mal das Schild. Okay. Zone ist relativ in der Nähe. Das ist jetzt nicht dramatisch. Ja, wir müssen halt irgendwie hin, ja. Okay, hier ist noch ultra viel Loot. Ja, die sind reingehauen. Lass hier alles looten. Äh, wollen wir zu zweit mal... Oh, da hinten ist ein Monster Truck. Die fahren aber weg. Werte? Ja. Okay. Okay. Ähm... Wir haben hier noch ein Lambo, die wir nehmen können. Okay, ich geh mal hier hin. Ich seh, loot hier noch ein paar Truhen. Ich seh auch niemanden. Dahinten ist noch eine Truhe. Hier ist ein Shop. Oh, holla scheiße. Hier ist eine grüne R. Okay, hier ist noch eine Truhe. So. Hier ist noch eine grüne Sniper. Hä? Ich loote hier auch alles durch gerade. Ja, ja, ich hab hier auch noch... Also, ich bin loot-technisch auch echt gut dabei. Bei mir geht's auch. Da ist noch eine Truhe. Die Frage ist, kommt man da hoch? Nee, man muss von... Ach, da ist eine Leine. Okay, ich... Also, ich kenne... Also, Map ist halt... Ja, ist halt Lost Legends, ne? Lost Legends. Das war eine Truhe, geil. Okay. Komm zu dir. Hau dir mal eins davon rein auf den Boden. Oh. Welchen Rift benutzt. Junge, er kann halt überall wollten, außer bei den Felsen irgendwo. Komm in unsere Richtung. Echt? Wurde. Achso. Oh nein, scheiße. Weißt du, wo die sind? Ah, da oben. Markieren? Äh, ja, ich kann nicht in den Himmel markieren, aber es ist im Westen. Ja. Okay, lass uns in die andere Richtung dann. Ja. Äh, so hier unten. Wir müssen jetzt eh mal Richtung Zone. Ja. Ich würde jetzt einfach losgehen, I guess. Ja. Können wir. Geil. Geil. Okay, wir können. Esch kettied. Gut. Ja. Ich hau mir hier noch ein Vierer rein. So. Wir sind beide voll. Ich hab eine blaue, blaue hier Dings-AR. Scoped-AR. Oder wie man die jetzt nennt. Ja, ich hab hier diese drei Burst. Dreier Burst. Können erstmal aufs... Auf dem Luftschiff könnten welche sein. Ja, maybe. Halt deine Äuglein auf. Ja. Was sieht dein Gamer-Auge? Was sieht dein Gamer-Auge? Hier waren welche. Woran? Ach ja. Türen sind auf. Mhm. Okay. Ich glaube... Oh, nee. Was... Was bringt einem die Siegeskrone? Keine Ahnung. Ich... Ich weiß es wirklich nicht. Scheich. Ich glaub gar nichts. Ja, oben sind welche dran. Ja, im Westen nicht ballern. Bringt uns nix. Ja, dann lass uns trotzdem... Lass uns im Norden weitergehen. Ja, genau. Wir haben noch Zeit. Über Osten. Beschütze der Sterzig. Kopfgeld, Jakob. Was? Auf dich ist jetzt Kopfgeld. Maybe sind wir jetzt auf der Map zu sehen. Sicher bin ich mir nicht, aber... Ja, dann lass mal hier rüber. Wir gehen mal nach Osten. Ich glaube, ich hab grad Schüsse von... Ja, okay. Wir müssen jetzt langsam zur Zone. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Ja. Ich geh jetzt straight zur Zone. Ich glaube, ich hab vor mir welche gesehen. Komm mal lieber an zum Ufer hier, I think. Das Problem ist, wir sind zu nahem Zeppelin. Wir müssen mehr... Können wir jetzt nichts machen. Naja, wir müssen mehr Gas geben. Können auch erstmal hier in dieser Bucht chillen, hinter dem Stein. Erstmal warten. Ja. Kleine Taktik besprechen. Auf dich ist halt irgendwie Kopfgeld. Brauche ich auch Steps über mir? Ist das so ein Bot? Nicht... Ach echt? Okay. Ja, dann lass erst mal chillen. Lass erst mal chillen. Ja, ich seh vor uns welche Richtung Nordwesten an den Bäumen chillen. Die warten. Ich würd sagen, wir nutzen erstmal noch weiter hier die Deckung, die wir haben. Ja. Wir müssen richtig weit. Deshalb müssen wir uns eigentlich beeilen. Wir müssen jetzt schon los. Ich höre aus dem Osten schütze. Aber ja. Müssen wir uns echt beeilen. Braucht ein Auto oder so. Mhm. Oben. Oben. Der sieht uns. Okay. Lass hier rüber. Anderes Ufer. Fix, fix, fix. Ich glaube, die schießen nicht auf uns, weil sie... Ja, ja. Aber aus Osten höre ich auch die ganze Zeit Schütze. Aber die sind halt richtig weit weg. Ja. Okay. Lass uns hier durch die... Ja, lass uns einfach möglichst straight gehen. Schön mit den Bäumen. Und am besten nicht so sehr in Kämpfe verwickeln, weil das kostet ja zu viel Zeit. Jo. Also wenn es geht, gerade erst mal noch... Also die gehen halt parallel zu uns, hinter uns lang jetzt. Ja, dann gehen wir ein bisschen weiter nördlich. Auto wäre klasse, ne? Auto wäre super. Oh, hier ist einer von mir. Ah, das ist ein Bot. Okay. Okay. Hier ist ein Auto. Echt, ja? Können wir vielleicht... Können wir das fahren? Weiß ich nicht. Ja. Da auf Richtung Zone einfach. Junge, das riecht Metal Musik. Jo, ich merk's. What the fuck? Okay, wo fahr ich lang? Fahr einfach, fahr einfach. Wir fahren gerade aus. Könnte sein, dass wir raus müssen. Ja, wir müssen raus. Oder? Okay, wir lassen... Wir lassen nach Südosten. Okay, wir müssen hier ans Gebäude. Ich bin hier erstmal safe. Erstmal. Oh, ne Nate. Oder? Hä? Ja, die sind halt, wie gesagt, die sind halt schon wieder oben auf so einem Turm. Und, äh, ja, ich bin down. Kannst du hier hinkraben? Die... Nee, ne? Finishing mich jetzt. Okay. Boah, alter. Weißt du, wer das war? Das war Standardzeit. Junge. Ja, ich sag jetzt... Ja, aber sind die auf dem Zeppelin? Oder? Die waren oben auf dem Turm. Ich hab sie da ungefähr markiert. Da oben laufen die lang. Die chillen die ganze Zeit oben oben auf dem unten. Das Problem ist, ich bin hier in der Zange. Aber egal, ich chill einfach. Du hast zwei Mad-Kids. Du kannst in der Zone erstmal chillen. Ja. Aber die haben dich jetzt gesehen. Oh, Junge. Ich hab zweimal gegen Türrahmen geballert. Scheiße. Ja. Ja, also die waren halt schon wieder oben auf diesem einen Turm. Haben uns richtig Damage gemacht und dann halt gepusht. Aber es waren zwei Teams, die auf uns geballert haben. Ein Team war noch... Süsse. Ich wurde... Ich wurde tatsächlich von dem Team, äh, da auf... Ist das Tilted Towers? Ja. Ich wurde tatsächlich von dem Team aus Tilted Towers total runtergeschwettert. Ja, die chillen jetzt auch, glaub ich, erstmal in der Zone, weil sie's können. Hm. Ja, also die beiden sind nur oben irgendwo. Hm. Und chillen da richtig ihr Leben. Und die chillen auch jetzt erstmal in der Zone, damit die anderen weggehen. Junge, welches Level sind die? 173, 166. Ha! Was? Junge, ich hab's letztes Mal vor vier Jahren Fortnite gespielt oder so. Vor drei. Ha! Ach, guck mal, die Tanks kann man kaputt machen. Hm. Damit haben die sich jetzt einfach wieder vollgehalten. Krass. Ja, jetzt gehen sie... Junge, das ist ja so... Jetzt gehen sie los und schießen. Also, I appreciate den Schweiß. Aber die sind ja echt so krass am Triaden. Also, die lassen ja nichts anbrennen. Heilige Scheiße. Die kennen sich auch mega aus. Und die wissen genau, was sie tun müssen. Ja. Ja, und dass sie Blue Sound Camping machen und so. Und hier jetzt, äh... Ja. Auch gut. Auch gut. Junge, der hat eine Asskarte auf der er fliegt? Ja, ja, der hat eine Asskarte. Lofti, mein Bro. Das ist ja heftig. Also, den beiden will ich nicht nochmal begegnen, muss ich sagen. Nee. Boah, ist ja echt krass. Aber man sieht gar nicht deren Kills, oder? Äh... Ja. Oh, Junge. Jetzt haben die ein Problem, aber. Okay, nochmal. Es kommt auch an, wem wir hier begegnen. Oh, Stani. Stani kassiert. Ja, Lofti ist tot. Stani ist down. Ah, nee, ich... Ich gucke Lofti zu mir, oder? Ja, Lofti ist dead. Wer ist kein Konzept? Ich habe auch keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der Mobskostüm. Oh, Junge, der hat aber auch Bock. Alter, die haben alle Bock. Krass, die sind alle echt gut. So viel zu Lost Legends. Habe ich mir anders vorgestellt. Jungs, erinnert mich so ein Ball. Ist ja toll, dass ihr das macht und so. Ich muss sagen, die sind zu gut. Ja, macht doch für mich keinen Sinn. Schon vorprogrammiert, wer gewinnt. Ja, aber er ist auch alleine, oder? Der hat kein Konzept. Tatsache. Das ist ein One-on-One. Kein Konzept ist, scheint, ein Highlight-Kanal auf YouTube zu werden. Von so Twitch-Highlights. Oh, er weiß jetzt noch wenig Leben. Aber die Dinger sind richtig geil, um halt zu entkommen. Diese Nades, mehr ich gerade. Ich vermisse ein bisschen die Tommy Gun. Oh ja, die Tommy Gun war früher richtig geil. Aber gefühlt gibt es ja nicht eine Waffe, die es früher gab. Die gibt es noch so zum Spektaten. Jo, wie viel delayert das? Ich kann nicht den nächsten Spektaten, okay? Jetzt sitzen sie im Busch. Oh, er hat ihn gesehen gerade noch. Hä? Ich habe keinen gesehen. War da einer? Ich glaube, ja. Loy. Okay, er für gewisse hat sich aber auch. Ich glaube, irgendwas. Hey, ich will wieder Standardskill zugucken. Ich kann nicht weiterschalten. Ich auch nicht. Jo, der macht Original-Kutscher-Cosplay. Das war Kutscher immer bei BAL. Bei PUBG. Immer im Busch. Nur versteckt immer. Jo, er ist aber auch am Arsch. Er hat gar kein Healing. Da! Jo, das sind die doch, oder? Oh, jetzt hat er verkackt. Oh Gott. Oh Gott. Hau rein. Hau rein, kein Konzept. Das war's. Oh Gott. Oh Gott. Hä? Oh. Das war Janina ASMR hat ihn gekillt. Oh, geil. Oh Leute, jetzt haben wir ein Kill gemacht. Oh, mit Joshua Gerke. Joshua Gerke. Mensch, das finde ich super. Janina schwimmt hier gerade lang. Ich finde es so geil, wenn sie alles ASMR machen würde gerade. Das wäre nice. Hinter diesem Stein scheint es sicher zu sein. Und da schwöre ich mich erstmal ein. Würde ich feiern. Wer konnte? Wäre witzig. Streamt sie gerade, Leute? Wisst ihr das? Ist ja witzig, würde sie gerade ASMR machen. Janina ASMR. Oha, ich gucke gerade bei Amar im Spectator-Mode. Junge, die kämmen sich alle richtig hart ein. Holy shit. Und alle im Auto. Ja, wir müssen das auch machen. Ich glaube, wenn wir wirklich mal eine realistische Chance haben würden. Oh mein Gott. Da oben fliegt ein Auto. Janina denkt sich nur so. Also die spielen schon alle sehr freiheitlich. Das stimmt. Junge, das Auto. Guck mal, die hocken da. Drei Teams hocken in dem Gebäude, wo sie gerade drauf aimt. Habe ich gerade bei Amar gesehen. Da ist schon echt krass. Schick den Clip ein. Das wird witzig. Was schießt der denn hier für Lenkraketen? Ich weiß auch nicht, Bro. Ist einfach wild. Janina ASMR guckt einfach nur zu. Ja, ja. Er holt einfach einen. Die Raketen ist eingeschlagen. Schauen wir doch mal, ob wir noch ein Geld holen können. Und dann nimmt sie so ihre Maus irgendwie. So, dann schießen wir mal. Nachher noch ein paar L-Ring-Invades im Anschluss. Weiter im Anschluss noch ein paar L-Ring-Invades. So, jetzt wollen wir mal hier rüberschwimmen. Ich habe ja auch ein Jetpad. Damit kommen wir gut an, auf den Gegner zufliegen. Maybe I try and execute. Nice. Und jetzt gehen wir ja mit dem Deck nach oben. Mal gucken, was uns hier oben erwartet. Das ist eine gute Prosi, aber er hält halt nicht lang. Die werden alle Autos haben. Aber die Autos halten zum Glück nicht so viel aus. Guck dir das an. Hä, der fährt da durch und sie hat es nicht gesehen? Jetzt. Schön. Janina, kill sie. Janina, schlief. Oh nein, Janina. Boah, alter, die, was? Die wurde mit 250 HP gewo... Okay. Der chillt im Auto. Der kann aus dem Auto ballern? Scheint so. Aber das meine ich. Die verstecken sich mitten im Auto. Auf dem Rücksitz. Ja. Die chillen auf dem Rücksitz. Beide. Wer sind das? Jeff Hardy und 99 Sid. Die chillen einfach im Auto. Aber die müssen jetzt in die Zone. Junge, ist das ein Geschwitze. Junge, 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 Junge. Ja, die können ja nicht mal zurückschießen. Oh, oh. Ja, ciao. Hey, jetzt haben wir ein Problem. LOL. Okay. Erstmal auf den Fighterscaping. Und ins nächste Fahrzeug. Achso. Der kann doch im Wasser auch schon trinken. Aua. Ja, das ist blöd, ne? Zum Schluss campen halt alle richtig hart. Und, äh, oh. Reapers ist wieder am Start. Jetzt kann ich umherschalten. Ja, ich auch ein bisschen. Glaub ich. Ach, es sind nur noch zwei Teams. Äh, Ober, Obermeyang. Die beiden Ober. Nee, 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 es sind noch zehn Spieler. Hä, echt? Okay, ich kann nur zwischen zwei hin- und herschalten. Achso, nevermind. Okay. Ja, ja, du hast recht. Alter, krass. Ist halt so random, wer gewinnt eigentlich, ne? Wie bitte? Ja, es ist so fucking random, wer gewinnt. Ja. Ey, aber ich krieg, ich find's, äh, ich hätte nicht gedacht, dass so viele, also es sind ja viele Twitch-Streamer-Innen halt am Start, dass sie alle so fit in Fortnite sind. Also auf jeden Fall eine gewisse kritische Masse. Hätte ich nicht gedacht, krass. Boah, geiler Kill. Dass sie alle, dass sie alle so, ne? Ja. Durchaus drin sind im Game. Hä, was ist denn? Wir können aber nicht. Aber ich glaub, Rufas gewinnt hier mit Pro-Mazuelo, den ich letzte Runde geholt hab. Ciao. Ja, schön in die Buse. Ich glaub, der ist so gut wie dead. Schön. Ja, haben sie gewonnen. GG. Haben sie gewonnen. Ich finde, jetzt könnte es ein Chat geben. Naja. Ja, Nina ist gerade wütend auf ihren Mate. Oh. Haha, was? Wie, wie hört ihr? Mann, ich bin so sauer auf dich, Joshua Gerke. Du mieses Schwein hast mich einfach sterben lassen. Jetzt reden wir mal, Tacheles. Du Arsch. Ich bin da am Baum und du lässt mich einfach, du wirfst mich vor die Ohne, Joshua Gerke. Du willst doch, dass ich laut werde, oder? Ich ist im Arsch dreit. Hey, Junge. Janina ist sauer. Sorry, Janina. Gut. Neue Runde, neues Glück. Neue Runde, neues Glück. Ich hab ein Energiegetränk mir geholt. Ich hab hier noch ein 20er Nuggets. Falls wir früh sterben, komm ich rüber. Oh, ey. Wir können quasi nicht verlieren. Ja. Wir können quasi nicht verlieren. Wie springen wir jetzt am besten ab? Straight drüber und dann... Ja, okay. Am besten nicht über dem Hügel, ne? Mhm. Aber vielleicht ein bisschen. Jetzt sind wir, glaube ich, zu niedrig. Oh, da kommen einige scherzig. Aber ich glaube, wir sind oben am... Als erstes da... Okay. Wird knapp. Ich renne direkt rein. Ich hab ne Knarre. Ne, er hat die Knarre. Scheiße. Ich komm nach unten. Ich komm nach unten. Er ist hinter mir. Ja, ich bin down. Scheiße. Es war irgendwie übel laggy. Na egal. Ja, komm ich mit dem 20er-Nuggets rüber. Der Typ ist quasi hinter dir. Also, er ist... Ich glaube, er ist... Ja, da ist er aber ganz oben, oder? Da ist er. Ja. Äh, warum springt der bis zur Decke? What the fuck? Schön. Er muss eigentlich, äh... Nee, er stimmt. Der denkt so sein. Oh! 59! Ah, da war meine Marke. Könnte es theoretisch einfach versuchen, jetzt reinzuholen. Ich würd ganz rund, ey. Ich überlege grad, ob ich einfach hier drin bleibe. Aber ich glaub, dann kommen die einfach zu zweit rein. Ja, aber wenn ich jetzt rausgehe, dann schießen wir halt den Rücken. Hm. Ja. Gut, die können nicht... Na guck mal, jetzt fighten sie vielleicht. Oh, und da ist nur ne Truhe. Ich hab auch gar keinen Plan, wo lang, ne? Ja, das stimmt. Ah, das... Ja. Ja, er ist ganz gut. Aha. Oh, Sniper. Das ist ja an mehreren Orten hier, wo ist das ja lit. Ja, ja, drei oder so. Ah, das war so ein 50-50-Ding. Alter, das war wohl echt knapp. Wir sind quasi... On-Spot beide auf der Pistole gelandet. Scheiße. Ja. Aber ich könnte zu Sleepy Sound gehen, ich könnte nochmal hier oben hingehen. Ich würd... Ja, 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 genau, das würd ich machen. An deiner Stelle. Nach Norden. Ja. Ich mach nochmal die Muni ab. Mal, Claptrap dappt ab und zu hinten auf meinem Rücken. Ja, ja. Junges. Ja, muss ich versuchen, ne? Ja. Bleibt mir ja nicht viel übrig. Vielleicht steht da auch ne Karre und noch move die Zone ja nicht. Ja. Macht ihr eigentlich am Anfang weniger Schaden, die Zone? Oh. Ja. Geil, die fahren vorbei, oder? Ich würd warten. Ja. Was war denn deren Plan? Was machen die hier? Ach, vielleicht fährt der da auch hin, oder? Ne, da oben sind die. Hey, was machen die da? Das ist auch nicht so genau. Hm. Ich weiß tatsächlich nicht so genau. Könntest du durchs Gebäude dich schon mal fruschen? Ich hab ein bisschen Angst, sich jetzt zu holen, weil... Hat der mich gesehen? Ne. Ich könnte dich jetzt versuchen zu holen, aber wir lassen's. Ja. Dann musst du entscheiden. Alter, ist da einfach ein... Ist da ein Wildschwein? Geil. Lass uns direkt wegrennen, ja. Oder erst mal ins Haus. Tatsächlich. Ja, die hören das gleich da oben, dann müssen... Ja, also du kannst halt nicht raus auf jeden Fall. Ich renne direkt weg. Ja, okay. Ich spawn auch ohne... Ohne Loot, ne? Ja. Ich glaub, wir spawnen so ein bisschen was. Oh, lol. Scheiße. Ich renne direkt weg, um einfach nichts für mich zu sichern, weil ansonsten... Ja. Ja, die scheiße, die sind da oben auf dem... Auf mir, wir sind zwei Leute. Ja, ja, die haben auf mich geschossen. Ja, ich bin safe. Ich bin safe. Ich renne jetzt nicht halt, wie gesagt. Ihr seid alles looted. Scheiße. Oh Gott. Äh, ich glaube, die mit dem Auto haben mich gesehen. Eventuell. Ja. Oder? Ja, mich hat's auch erwischt. Okay. Gott, die sind alle so am schwitzen. Das ist so geil. Die mit dem... Wieder auch dieselben Skins und alles einfach heftig. Junge, 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 junge. Ich glaube... Warte mal kurz. Scheiße. Töne einfach. Ja, ja, ja. Die mit dem Auto haben mich halt gesehen. Ach, guck mal, da ist das Auto. Kann ich jetzt einfach mit deren Auto wegfahren? Das wär... Das wär witzig. Abfahrt. Einfach einsteigen und irgendwo anders hin. Rechts von dir sind die anderen gewesen. Kein Treibstoff. Benzin alle, Benzin alle. Wie komm ich raus? Bleib einfach drin. Bleib einfach drin. Okay. Wie wechsle ich einen Platz? Du musst jetzt weg. Du musst rennen. Rennen. Achso. Ich dachte, die suchen mich. Aber die hatten einfach keinen Treibstoff. Nee, nee, die kämpfen jetzt recht mit den anderen. Ja, die kämpfen jetzt recht mit den anderen. Ich weiß nicht. Du hast halt ein paar Bandages. Ich hab ein bisschen Healing, ja. Nee, übel Chillen nicht, aber Sleepy Sound könnte ich über Norden irgendwie rein. Wo ist denn dein Ding? Ach, das ist ja... Ach, du Scheiße. Scheiß drauf, Scheiß drauf. Ja. Das ist auf den Gegner. Oh, shit. Ja, rennt einfach an. Junge, wie treffen die denn? Ich sag dir ja, die sind alle einfach nur sick. Das ist einfach krass, ne? Heftig. Maybe durch die Häuser halt. Ja. Nur mal ein bisschen gucken. Rechtsau... Hinter dir ist direkt ein Auto. Könntest du in die Zone nehmen? Wie bitte? Das Auto könntest du halt nehmen. Ich glaub, das macht zu viel Lärm. Die schießen immer noch auf dich, oder? Ich weiß es nicht, oder? Alter. Hocke ich gleich einfach irgendwo in den Busch und warte einfach ab. Das ist ja. Mir ist das ein Fiebertraum. Ja, aber wirklich. Junge, hör doch auf zu rutschen. Hab dich auf jeden Fall immerhin... Wie die da auch auf dem Hügelstand mich geholt haben. Holy shit. Okay, was mach ich jetzt? Ähm... Ja, ich könnte nochmal versuchen, ich in die Stadt rein. Nee, shit. Ich glaub, das sollte es lieber... Aber das sind halt safe Leute, ne? Ja, ja. Du brauchst halt eigentlich nur ein paar Waffen. Mit dem Loadout überlebe ich halt nicht lange. Nee. Deswegen also... Aber die hocken da halt so zwei... In der Richtung waren die halt. Und die wissen ja auch, dass du das so machst. Ich würde linksrum versuchen. Du hast da oben noch eine kleine Hütte oder so. Ja, ja. Ich muss auf jeden Fall weiter und ein bisschen looten. Also du hast hier so eine kleine Hütte. Ja, der Vorteil ist, dass ich halt sehr nah an dazu... Hier hast du auch noch eine. Ja. Geh nochmal rein hier. So ist das Airbus natürlich looted. Haben die was liegen lassen für... Ja, aber manchmal haben die so frech noch was liegen. Ja, geil. Da sind Pilze. Na, die nehm ich mal mit. Die kannst du essen. Genau wie die Kartoffel oder was auch immer das ist. Geil. Junge, was es alles gibt. Eine Kokosnuss. Ja, genau das, was du wortest. Ich bin hier wenigstens richtig im Lost Legends Cup, Digga. Die haben seit drei Tagen trainiert. Sind übel unzufrieden mit Platz drei. Wo wäre hier noch was? Da vorne halt. Ich glaube, das ist ein kleines POI. Ist das eine AR? Ja. Nee. Doch. Nee, ist ein Money. Nee, ja stimmt. Das ist eine SMG. SMG. Ja, du bist da eigentlich auch in der Zone. Also du könntest dich, wenn du hier einen Busch findest, würde ich mich einfach reinstellen. Bin ich überlegen. Da vorne ist ein Shotgun. Geil. AR. Rechts noch ein... Eine Kiste. Geil. Was ist das denn? Ich sehe nichts. Big Shield. Ja, nice. Du könntest hier irgendwie versuchen zu chillen. Ja. Ja, wo ist hier ein guter... Hier, Cordy. Ja, perfekt. Sag. Müssen wir runtergucken. Mein Kopf guckt halt raus. Aber ist sehr unauffällig. Aber so sehe ich gut. Ja, perfekt. Hier rein? Nee. Ist schon ganz gut. Ja, gut. Witzig. Ja, Schild einfach. Gibt es hier noch einen besseren Busch? Nö, ist schon gut. Ja, ich glaube, ist jetzt egal. Einer schreibt, die meisten Pros spielen ohne Shotgun und mit Doppel-SMG. Boah, krass. Okay. Ja, auch was so gerade Meta ist, ne? Gar kein Plan. Naja. Ich glaube, du bist hier ziemlich gut positioniert. Weil aus der Zone rechts glaube ich nicht, dass noch jemand kommt. Nee, 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 nee. Weil die Zone da schon sehr nah dran war. Ich bin nördlich, nur noch die anderen. Die driften locker nach Westen ab. Die beiden nördlich haben. Ich würde jetzt einfach chillen. Deine Rennen-Auto? Ja, das ist ja nicht dein Bier dann, ne? Richtig, auch nicht mein Auto. Warte. Äh, ja. Standardskill hat Let's Hugo gekillt. Ah. Ach so. Ich mache gerade Original-Kutcher-Let's-Play. Ganz verbot ist tot. Schade, Mann. Also, äh, Top 25 bringt Punkte, Sterzig. Ja. Ich glaube, da sind wir drinnen, fast. Ja. Ab 50, Leute. Aber jetzt geht die Zone... Ja, jetzt sterben wir mal richtig viele, glaube ich. Oh, Maxify hat jemanden geholt. Jetzt sterben gerade richtig viele. Ja, siehste. Richtig viele. Guck mal, wie es wartet. Schön. Jetzt könnten wir... Ja, ich gehe mit der Zone dann. Ja. Ich delaye so gut, es geht. Jetzt, äh... Ja... Ich weiß nicht, ob die dann schon noch schnell... Also, ob die dann nicht so schnell ist. Ich habe doch noch neun Bandages. Das geht safe. Okay, ja. Okay. Wir sind Top 25. Na, es können viele einzelne sein. Weißt du? Aber eigentlich unwahrscheinlich. Hat das doch geiles Gameplay. Solution Plays hat... Omid Zuelo gekillt. Den habe ich auch schon geholt heute. Ey, aber ich hoffe nicht wegen seinem Aussehen. Ich glaube, es bleibt sportlich hier. Das war so ein weirdes Statement von der Ma. Alle haben ihn ausgelacht. Alle für sein Aussehen. Ich so... Hey, 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 hey. Aber es sieht doch ganz normal aus, oder? Hat er ja irgendein witziges Kostüm. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hey, der hat da Twitch vor in seinem Namen. Also so, ähm... Jaja, das sind die coolen. Mit Hochzeichen. Falls man das so nennt. Ich weiß nicht. Auba25 wurde neu gestartet. Auba, Digga. Chef zum Strohbe hat Henke mit dem Gewehr eliminiert. Oh, da hat er sich gerecht für das Boxturnier. So, Zone kommt jetzt. Kannst du jetzt langsam nehmen? Laufen. Ja, Zone ist okay. Die holt dich gar nicht mal ein. Bisschen Joggen. Nö, ein langsamer Jog. Ja, aber geh ruhig so ein bisschen hinter Bäume und schau ein bisschen, was vor dir passiert. Weiter. Digga, Jackpot! Oh, hier unten, guck mal. Das ist gutes Dickicht. Da vorne ist noch hohes Gras. Das ist gutes Dickicht. Gutes Material. Ich glaube, du kannst sogar wirklich noch ein bisschen warten. Ja. Guck mal hier. Wenn die wissen, was denn alles entgeht, hab ich recht. Was ist das hier? Oh. Die würde ich eher mitnehmen. Ja, ja, ja. Oder was blaues. Rechts unter dir. Ah, ja. Scheiße. Das war ein Safety mit dem Lambo, oder? Die haben mich auch geholt. Nee, haben sie mich nicht. Nevermind. Wer ist Lofi? Lofti? Keine Ahnung. Platzierung ist 24. Unlucky. Echt, ja? Perfekt. Zwei Punkte bestimmt. Ey, die spielen alle so try hard. Ey, aber ernsthaft, die gehen zu zweit mit der Zone, das ist halt so verschwitzt. Holy shit. Ich hab mich schon fast schlecht gefühlt. Boah, krass, wie der drauf ist, ey. Die sind aber echt nicht schlecht. Holy shit, ey. Ja, die sind alle krass. Ja, ey, halt wirklich, ne? Das ist krass. Ich bin richtig irritiert, warum die alle so gut sind. Ich dachte mittlerweile... Ja gut, Fortnite natürlich, immer noch ein Ding, ne? Aber ich hätte nicht gedacht, dass so viele Twitch-StreamerInnen und auch die Fußballer, die suchten daher so krass rein. So. So. Gehen wir jetzt wieder einfach irgendwo irgendwo hin, wo was passiert? So, Tilted Towers. Liegen dahin, wo Standardskill und Trimax landen. Komm, wir droppen Tilted. So, warte mal, wo ist Upporate? Hier, lass mal Upporate finden. Wo ist der Cappuccino? Cino, ne, wie, ja, Mann, was sagt der immer? Oh, ich glaube, da hinten sind sie. Ja? Das ist aber eine schöne Lagune hier. Das ist natürlich schön, wenn wir jetzt Upporate finden. Aber in zehn Sekunden glaube ich nicht, dass wir da noch... Ne, leider nicht. Leider finden wir Upporate nicht. Ich finde es schön, gegen Upporate mal zu kämpfen. Ja. Okay. So, wir landen. Shifty Shafts, oder? Ja, einfach wieder Shifty. Ja, oder? Ne, komm, lass mal, lass mal... Vielleicht was, was ich noch nicht aufgedeckt habe? Hier? Ja, ich habe halt auch noch nicht so viel aufgedeckt. Da willst du hin? Da sind fette Fragen. Wie geht da hin? Ja, okay, wir gehen da hin. Ja, es ist einfach... Ja, Standards... Standards hier und so haben schon so ein PDF-Dokument, wo sie schon so... Ja, wo sie die Zip-Lanes sehen. Ja, ja. Die haben so eine Google-Map von... Das habe ich noch nicht aufgedeckt. Ja. Ein bisschen erkunden noch. Wo, entdecken? Er ist einfach nur... Was ist das? Ein Bohrer? Das ist so ein Raumschiff. Ach du Scheiße. Ich glaube, es ist richtig kacke. Ich lande da jetzt oben drin. Okay, ich auch. Ja, aber es kommt niemand sonst, glaube ich. Hier sind... Hier sind so unsere Dagen. Das ist ein Problem, oder? Ein bisschen, ja. Ich kann eine Seilrutsche hochfahren. Ja, aber vielleicht ist hier guter Loot. Stell dir vor, Amar guckt bei uns zu. Wir feiten einfach die KI. Ich trage die KI. Sterzig, ich habe einen. Sterzig, ich habe einen. Wo bist du? Ey, soll ich mit dem versuchen zu gewinnen? Hier, Sterzig, ich habe einen. Ja, komm hoch, komm hoch. Ja, wie denn? Weiß ich nicht. Los. Oh. Der Krabbel ist weg. Stell dir, komm mal. Stell dir hier. Er ist auf meinen Schultern. Okay, ich habe richtig guten Nut. Ja? Cool. Ja. Wo will der denn hin? Ich glaube, du kannst hier einfach... Ach nee, kannst nicht hochspringen. Nee, ich. Alles gut. Äh, okay. Ich habe Minis. Hier ist ein Mini. Trink den mal. Ja, ich habe auch zwei. Alles gut. Okay, ich habe noch so zwei Splash-Dinger, die ich auf den Boden werfen würde für uns. Junge, hier, wir fighten dann mit der KI. Okay, lass dich, lass hoch und raus, oder? Äh, der eine hat richtig viel Lupo gehabt. Echt? Ja, das ist so eine legendäre... Ey, bestätigt das als Kill? Nee, ich glaube nicht. Oh. Was geht ab? Ja, was geht jetzt ab? Oh, Spieler, oder? Ja, ich glaube ich. Ich bin ganz unten drunter. Ich bin ganz unten. Ich bin drin, ich bin drin. Ich bin oben. Ich weiß nicht von wo, leider. Die sind oben drauf, oben drauf. Obendrauf, ja. Also, ich... Kommst du einfach unten drunter? Äh, kann das nicht. Okay, scheiße. Also, ich komme hier, glaube ich, nicht raus. Scheiße, ja, ich komme, ich komme. Ich bin ganz unten drunter. Ja, scheiße. Boah, shit. Alter, Standard-Skill! Nein! Es ist einfach schon wieder Standard-Skill. Er ist einfach... Warum denn wir immer? Er ist einfach für unseren Abend mega, das Meme. Warum immer... Warum wir? Warum immer Standard-Skill? Und warum sind die so gut? Bitte, lasst uns doch einfach mal spielen. Okay. Weißt du? Die setzen sich dann oben aufs Dach, kommen runter mit, weiß ich nicht, 1000 Granaten, pushen uns übel weg. Oh, wir verlieren gerade übelst ein Teamfight. Scheiße. Wir warten einfach mehr, als dass wir spielen. Ja, so ist es. So macht es Spaß. So, ich komme wieder rüber. So. Schätzchen, wir bauen eigentlich... Bist du da? Ja. Gut. Nicht raustappen. Wir bauen eigentlich mal ein oder zwei semi-gute Runden, damit wir uns mal von dem ganzen Schmock da unten absetzen. Ja, 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 aber wirklich. Weißt du, was ich... Weil das kann nicht sein. Ja. Dass wir uns jetzt gleich richtig verkehren. Richtig weit außerhalb. Ja, richtig weit außerhalb. Richtig, richtig. Was ist damit? So eine richtige Drecksgegend, so ein kleiner Pier oder so. Genau, wo so Dörfer... Wo nur einzelne Häuser sind. Da will kein Mensch hin. Ja. Weit und breit auch keine POIs so wirklich. Dann können wir hier über die Insel... Lass du, go, go, go. Ey, das ist auch eine gute Entfernung. 1300, das geht noch. Okay. Da war früher auch so ein geiles Haus. Mann, irgendwie finde ich es aber auch schade, dass die Map immer geändert wird. Ja, ich auch. Aber ich glaube nur, wenn man halt nicht aktiv spielt. Aber es ist schon sehr viel umgestillt. Ja. Naja. So, bei wie viel öffnet man? 400? Ich würde jetzt... Jetzt. Ich reite! Echt, ja? Ich surf! Ich surf drauf! Junge, wie cool! Und ich hab'n Huhn! Junge, wie cool! Wir können actually hier hingehen. Weil es ist niemand hier. Sicher? Ja, ich seh'n niemanden. Weit und breit. Okay, dann gehen wir hier. Ja. Jo, das kenn' ich aber auch noch. Ja, ja. Das ist auch irgendeine Season. Äh, hier sind welche. Okay, dann lass weiter fliegen. Also hier, Richtung... Richtung 200. Ja? Ja, ja, ja. Okay, dann gönnen wir uns die Häuser, die hier sind. Ja. Also, waren die nahe, oder? Ich hab' die jetzt nicht gesehen. Nee, die sind da in dem Vulkan halt gelandet. Oh, okay, ja. Wir können einfach nach, äh, Westen rotieren. Wir haben hier ein Boot. Komm, wir haben ein Boot. Lass mal richtig Blue Zone tanken, Digga. Oh, hier ist eine Aug. Ich weiß ja... Ich weiß ja inzwischen, dass die gut ist. Ja, man muss halt richtig, richtig, ähm... Gut aimen. Damit aimen müssen. Ja, ja. Nee, aim ist ja kein Problem an sich, Digga. Kannst halt nicht so auf Verdacht schießen, sondern muss halt richtig... Ja, muss drauf sein, Digga. Aber ist auch Hitscannen, oder? Die Waffe. So, kommst du jetzt zum Schiff? Sekunde, ich lud das Haus. Sind wir im Wasser? Nee, es war ein Fisch. Sind wir im Wasser, Digga? Ja, das Haus ist doch locker... Junge, wie lang brauchst du für das Haus? Wie groß? Okay, ich fahr schon mal vor. Geht sie da lang? Ja, hier sind so kleine Gammelhäuser, weißt du? Hoppala. Okay, was ist das? Glühwürmchen? Ich hab Glühwürmchen. Okay. Okay, okay. Alter, nur noch 80? Hier ist ne Qualle, Digga. Ah, das ist ne SMG? Ja, geil. Nee, ist nicht, ist ne AR. Ja, dann kommt die weg. Oh, hier ist irgendeine krasse Truhe, glaub ich. Oh, okay. Holy shit. Was hast du bekommen? Ähm, alles. Also, auf jeden Fall die Thermowaffe hier in episch. Ehre. Mit dem Thermoscope. Äh, dann irgendein Fass. Okay, wir müssen auf jeden Fall ein Stückchen in die Zone, haben aber Zeit. Ja, ja, ja. Oh, Auto-Shotgun. Okay, das ist unsere Runde. In blau. Okay. Hier ist noch ne Truhe. Noch ne lila ne Waffe. Lila ne, noch ne lila ne, äh, ähm, Thermo, Digga. Oh mein Gott, hol die dir, Dachboden. Okay, komm. Junge, wie heftig. Tschüss. Das ist ja komplett krass. Das ist keine Thermowaffe, das ist einfach nur so eine. Echt? Ah, ja. Echt? Ja. Okay, ich hab die Thermo. Dann lass hier weiter nach Norden ein bisschen rotieren. Okay. Oh, Digga. Wir müssen uns überlegen, wie wir jetzt in die Zone gehen. Ja, alles entspannt, wir haben jetzt so ein krasses Loadout. Ah, muss nichts heißen. Hier ist ne Sniper, aber Sniper ist richtig wack, spielt niemand, ne? Warum sollte man eigentlich Sniper spielen, wenn man Hitscan-Waffen hat im Game? Das rall ich nicht. Oh, ich hab die Thermo. Zelt ist verboten. Zelt ist verboten. Hier ist noch ne Autoschaft dann, glaub ich. Oh, hier ist ne... Okay, die musst du hier gönnen. Oh ja. Ja. So. Wie spielen wir es? Wir brauchen ein Luftschiff. Äh, ich hab Fische zum Heilen. Ich hab zwei Big Shields zum Ballern. Ich hab Sixer. Und ich hab... Okay. Und ich hab ein Fass. Okay. Ich überleg halt gerade, ob ich die Fische weglege. Ja, aber lass uns jetzt lieber mal in Position gehen. Das ist Feintuning. Oh, vor mir kommt ein Auto. Das ist ja schön, dass wir jetzt nicht von hinten gesteppt werden. Alles gut. Der hat sein Mate vergessen. Ist ja schönes Auto, oder? Ich hab leider nicht so krass wie Muni. Hab ihm noch nen Hit gegeben. Ja, okay. Lass dir erst mal ins Haus. Von wo? Wir sind da oben im Fenster. Okay. Leute, das Auto ist gerade übel hochgeflippt. Ja, okay. Okay, lass erst mal weiter looten. Oder? Scherzig? Ja, ja, würde ich sagen. Wir gucken jetzt erst mal hier weiter. Dann vielleicht in die... Wobei, ich hätte schon Bock, auf Kills zu gehen. Ich glaube, die sind nicht so gut. Oder? Die wirken nicht so krass confident. Aber vielleicht... Sie sind aber gerade aus dem Fight gedippt, wo ich mir so denke. Ja. Können sich halt jetzt gerade ein bisschen regroupen. Wir können hier mal aufs Start umgucken. Wir können hier auch noch mich kalt erwischt. Ja, aber wir müssen eigentlich auch in die Zone. Ja, Dach ist gut. Dach ist gut. Okay. Wir sind jetzt weiter hinten im Dorf. Jungen, meine Empfindlichkeit. Ich merke auch, dass ich noch gar nicht gewohnt bin auf die Fortnite-Sensi. So... Ist einfach zu viel Spiel... Äh, zu wenig Spielzeit jetzt. Dass man richtig confident ist. Ich schaue mich mal kurz ins Haus und stelle kurz auch was an der Sensitivität um. Ich müsste eigentlich auch ein bisschen Unsinn. Ey, ich sehe ein Luftschiff, wo niemand drauf ist. Weißer? Okay. Wollen wir weiter? Äh, ja. Let's go. Wobei... Wir müssen auch nicht, ne? Wir können auch noch chillen. Aber wir könnten... Ich würde schon mal auf jeden Fall ein bisschen... Ein bisschen vorangehen, glaube ich. Ja. Hier vorne ist noch ein kleines Häuschen, wo wir erstmal hin könnten. Da hinten fährt der LKW. Oder ein LKW. Ja. Egal. Lass mal weiter rennen. Weil... Lass jetzt nicht die Munition auf denen noch verschwenden. Erst wenn... Ja. Die wissen ja auch nicht, wo wir sind. Wie man auch früher mal Holz gefarmt hat, ne? Die paar Leuten und so. Das war so geil. Geil. Okay, war schon wer. Aber wir könnten aber hochklettern. Die hauen da hinten ab mit, äh... dem LKW. Ganz andere Richtung als wir. Ja. Das ist okay. Wollen wir da hin? Ach nee. Das ist gar nicht Zone. Aber wir müssen jetzt einfach... Ja, vor uns ist ein Auto. Äh, nach 195. Da so. Ja. Äh, ist das ein Panzer? Es ist das Luftschiff. Wollen wir da hin? Ähm... Könnten wir... Diese... Oh, da ist einer. Kannst du noch Minis mitnehmen? Ah, ne, warte mal. Lass uns in die Zone. Lass uns in die Zone. Ja, eben. Wollen wir hier auf die Tanke? Ja. Wobei, wenn da oben welche auf ein... Ja, da können wir doch instant hochschiffen. Lass uns hier lang, lass uns hier lang. Wie hier lang? Die schießen auf mich. Ich kann nicht einfach weg. Aber alles gut. Ich weiß nicht, ob da oben welche drauf sind. Ja, da sind welche drauf. Also ich komme zu dir, ja? Äh, ja. Die waren safe auf dem Luftschiff. Ja. Ja, einer fliegt weg. Ne, ne, der ist wieder oben drauf. Das Ding ist, ich habe eine ultra gute Waffe gegen die. Wenn die peaken, sollten die gut kassieren von mir. Wenn ich gut spiele. Ja, wir können da theoretisch hoch. Wir haben beide eine gute Shotgun. Können wir versuchen. Oh, das wäre ganz schön YOLO. Äh, hier. Hier oben, hier oben. Ja, aber jetzt nicht andere Falten, oder? Ne, also die sind aber halt eher neben uns und gucken vielleicht auch in unsere Richtung. Wir sollten uns überlegen, wie wir jetzt schnell von hier wegkommen. Auf deinem Marker, ja. Wir müssen schnell von hier weg. Ja, ich... Wir haben noch eine Minute Zeit. Folgendes. Hier ist die Zip-Line. Wir gehen einfach hoch und dann fliegen wir weg. Das Problem ist, wenn die uns halt sehen, wie wir... Ja. Ja, das ist unser Scale. Wir gehen auf die Zip-Line und fliegen weg. Aber die können uns dann einfach wegsprayen. Ja. Ne? Werden sie vermutlich. Ja, okay, dann... Ach, scheiße, Mann. Ey, das ist schon wieder ein bisschen anlagig. Wir können auch... Ich glaube, wir müssen es machen. Ja. Okay, wollen wir aber wenigstens gleichzeitig hoch? Ich meine, wir können auch notfalls abspringen. Dann go. Okay. Ja, Schiedshof und ist von rechts. Egal. Lass einfach direkt wegfliegen, oder? Oder wollen wir in den Schiff? Ja, direkt wegfliegen. Okay, dem einen habe ich... Ja, lass einfach hoch. Dem einen habe ich übel gegeben. Den einen habe ich richtig gegeben hier. Hier ist ein Jetpack. Wir können hier das Nutzen direkt wegfliegen. Ey, lass mal hoch. Ja, okay. Hören rein. Komm, go, go, go. Okay. Ich habe es so semi-gut geschafft, glaube ich. Ja, ich habe es nicht gut getroffen. Scheiße. Aber ich habe hier noch eine Gun. Damit kann ich mich nochmal wegballern. Ja, die schießt. Hä? Wie geht das? Okay, in der Moment. Du bist neben mir. Ich wollte mich nochmal richtig wegscherbeln. Verschließe ich... Was? Komm hinterher, glaube ich. Habe ich Ihnen einen Hit gegeben. Hä? Ich bin eigentlich voll drauf. Könnten wir es halten? Lass zum nächsten Luftschiff. Okay. Lass einfach zum nächsten Luftschiff oben drauf. Da ist keiner. Dann lass du den nächsten Ziplein direkt, ja. Ich sehe da oben jetzt direkt niemanden. Ja. Ey, wir haben eine... Also, ich habe eine ultra gute Shotgun. Egal, wer da hochkommt, kriegt richtig ins Gesicht. Okay. Können wir versuchen. Wollen wir vielleicht einfach erstmal oben draufschleiben? Ja, ja, genau. Let's go. Also komplett hoch, ne? Ja. Ja, ja, ja. Habe ich eine Tür gehört? Ich weiß ja nicht, wie was klingt, weißt du? Ich weiß ja nicht, ob jemand eine Tür betätigt hat. Okay, ich bin jetzt ganz oben drauf. Okay, ich sehe sie. Habe einen Hit. Hier da, mein Marker. Ich habe halt nicht mehr so viel AR-Money. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Hast du die im Auge? Ich kann jetzt drinnen looten gehen. Habe wichtiger gekillt. Okay, ist das jetzt mein Kill? Oder muss ich den für mich schieben? Wir müssen weg hier. Okay, dann lass jetzt hier einfach... Lass hier auf den Turm hier vorne vielleicht. Ja, Marker, Marker. Okay. Ja. Also, ich habe einen gedowned. Oh, von wo war das? Von der Seite. Was? Ja, lass aber nicht für gehen, ne? Ne, ne, ne. Also, ich weiß nicht. Ja, ich habe den Killen bekommen. Ne. Ey, wer, der greift uns jetzt an. Sag doch, wenn du wen siehst. Der ist unten halt am Drop-Kunst gewesen, hat das gewonnen. Die Pfeifen da. Hier, hier unten? Ja, ja, ja. Ah, der hat den Drop gelootet. Das darf er eigentlich nicht. Okay, der hat sich jetzt dahin geballert. Ungefähr. Ich gucke nach rechts. Hat einen Hit von mir. Lass dir erstmal bleiben. Ey, die nächste Zone ist richtig nah. Lass dich schön defensiv jetzt spielen. Ja, hier fahren wir so aufdächtig. Zwei Hits. Ich leider nur einen. Ja, lass jetzt schön, lass jetzt schön. Wir müssen halt auch nach vorne. Wir könnten rechts, rechts, das Haus ist leider nicht mehr drin. Wir könnten links eher tiltet gehen. Da war halt gerade jemand. Der ist jetzt gerade weg. Da ist einer im Busch. Da oben, glaube ich. Da ist ein Auto. Da müssen wir eigentlich hin. Ey, die kommen vielleicht hierher. Die kommen vielleicht gerade hierher, ja. Ne, die bleiben da auf dem Hügel. Gehen gerade runter. Okay, wo gehen wir lang? Müssen jetzt los. Ich würde sagen, wir gehen, äh, links. Okay, ich folge dir jetzt einfach. Links ist ein Hühnchen. Ja, und? Wollen wir unter die Brücke? Ja. Klingt gut. Wir sind halt auch, auch hier safe. Von wo? Sechs werden wir abgeballert, aber kein Ding. Egal, lass einfach unter die Brücke. Ja. Hier sind wir safe. Wir können die nach links jetzt fighten. Von hier unten. Das waren die ja mit dem Auto, ne? Mit dem Jeep, oder? Die uns gerade abgeballert haben, nicht. Die waren in der Richtung. Okay. Aber wir... Hört das Auto? Ja, wir sind voll. Wir sind richtig. Also, wenn die uns pushen, das... Ja. Die wissen nicht, dass wir unter der Brücke sind, die jetzt kommen. Wir müssen hier die Säulen dann nutzen beim Fight. Also, du kannst hier nicht hoch, nah ran. Ja, die... Die kommen von links, Norden, Norden, Norden. Ich seh's. Die sind im Busch. Scheiße, dann sehen die uns irgendwie die nicht. Sind da ausgestiegen. Ja. Alles gut. Einfach nur chillen. Vielleicht nach hier oben. Nein, einfach nur chillen. Die können uns nicht pushen. Also... Ich guck hinter uns, ja? Ja. Wir chillen die einfach. Ja, lass es lieber. Lass es lieber. Ja. Das ist halt broken, ne? Dass die im Busch uns sehen, aber wir die gar nicht. Das halt krass. Ja, das ist fies. Also, dass sie jetzt durch dem... Die sind halt auch in der Zone. Hinter uns, unter uns. Scheiße. Okay, wollen wir hier hoch? Ja, wir müssen. Warte, warte, warte. Ja, wir müssen jetzt irgendwas machen. Ja, dann lass ihn. Fuck. Lass wegschwimmen, oder? Ja, okay. Jo, wir können schon mit dem Strom. Geht's hier rechts raus? Ja. Schön. Ich hab noch Schild für uns beide. Lauf, 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 lauf. Äh, hier hoch, hier hoch. Hier ist ein kleines... Eine kleine Hütte. Hier sind welche drin. Hier sind welche drin. Okay, guck. Dann pushen. Rein pushen. Ja. Auf ihn. Nice, gut job. Oh, richtig gut loot. Hast du Blue? Irgendwas Blue? Hier, hier, hier. Okay. Ich nehm dir... Wer war'n das? Rex, irgendwas. Ich weiß auch nicht. Okay. Okay. Äh, lass ein bisschen gucken, wo wer ist. Wir haben noch Zeit. Lass uns hier erstmal drinbleiben. Ja, wir müssen unsere Umgebung im Auge behalten. Hast du ein bisschen Almonie für mich? Ich hab nicht mehr so viel. Da oben sind welche. Ja, warte. Äh, wie, wie splitt ich die? Fuck, vor mir. Oh Gott, ich komm nicht mal mein Leben klar. Okay. Wie dropp ich die Hälfte? Drauf klicken, Z. Z? Okay. Danke. Dankeschön. Äh, da war ein Gegner irgendwo. Ich weiß aber nicht mehr. Also nach... Oh Gott, jetzt hat der die Hütte markiert. Ja, ja, alles gut. Wir haben erstmal Zeit. Da war ein Gegner. Komm, ich fahre mit dem Jeep. Alles gut. Okay, dann. Nicht alles gut. Ich hab das Ziel erfasst. Wollen wir zur Zone rennen? Ja. Hier, hier ist einer close. Okay. Der ist hoch zum... Stell ich mal auf mich? Stell ich mal auf mich? Go, go, go. Oh, scheiße. Ich hab verkackt. Das war ein lost moment. Ach du scheiße. Ich komme mich eilig an. Spiel defensiv, wenn du kannst. Wer war das? Standardskill, Standardskill. Nein, ich renne weg. Du hast ein Mate? Ja, der liegt hier tot. Vor dir, vor dir wird abgeballert. Sehr gut. Hinter der Tanne. Du solltest los, du solltest los. Die Zone ist aua. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das Problem ist... Links von dir Standardskill. Ja, eine auch. Scheiße, nicht schon wieder. Es ist wieder Standardskill. Ich glaube es nicht. Standardskill. Bitte lass uns in Ruhe. Oh, richtig geile Zone. Ja, vielleicht noch nicht. Richtig geile Zone. Hey, wir haben uns nicht gesehen. Eliminiert von Standardskill. Und mich hat Angelina gekillt. Im Außenbusch. Platz 11, Ehre. Das bringt Punkte. Das war die Runde, die wir brauchten. Ach, man. Angelina. Warum denn ausgerechnet widersteht? Aber ich hab sein Mate geholt. Ja, und ich hab's verkackt. Das tut mir leid. Mann, ich wollte uns beide schnell hochkatapultieren. Scheiße. Und ich hab's dann selber... Ich hab dich hochkatapultiert, aber mich nicht. Scheiße. Das wär jetzt Redemption gewesen. Junge, aber richtig gut, wie wir im Fluss escaped sind. Das war... Ach, guck mal, du kannst... Ja. Das wär eigentlich Standardskill von mir. Willst du mich heiraten? Das ist so heftig. Das dritte Mal, ne? In sechs... In fünf... Ich wurde einfach jetzt dreimal von Standardskill geholt. Mann. Das ist Fakt. Aber ich hab's dem... Ich hab den Mate halt gehabt. Er hat irgendwas gegen mich. Junge, wären wir zu zweit da oben gewesen. Safe. Also wär richtig easy. Ja, ja, ja. Wärst du mit dabei gewesen, hättest du Stani geholt. Auf jeden Fall. Ja. Die parken einfach vorm Busch. Ich hab... Was habt ihr denn gemacht, Chat? Habt ihr krass gefeiert? Ja, Tatsache. Team Hand of Blood macht alles platt. Ey, was? Die beiden sitzen halt einfach nur im Busch, ne? Und Standardskill rasiert sie. Ja, geil. Ey, warum schießen die nicht zurück? Die können die doch sehen. Ey, die nicht... Ey, jetzt gehen sie aus dem Busch raus, um zurückzuschießen? Wer sind die denn? Angelina! Im... LoL! Oh mein Gott! Ja, da ist mehr drin. Angelina. Da ist mehr drin. Erstmal saufen. Ja, aber ich bin zufrieden mit der Platzierung. Wir haben auch zwei Kills gehabt. Die Runde war gut. Das sind vier Punkte. Hätten wir da Stani gerade geholt, wären wir jetzt noch echt gut dabei, muss ich sagen. Ja, denn die hätten wir auch gekriegt. Guck, was ist das für ein Gameplay? Okay, so müssen wir halt spielen. Ja. Aber wie ich auch den kleinen Typen da im Haus geholt habe mit dem One... Mit dem einen Shotgunschuss, ey. Das war auch lecker. Wuh! Der fährt jetzt mit dem... Mit dem Forn? Der... Der Schieb ist noch... Um abzulenken, glaube ich. Hä? Was passiert denn? What the fuck? Alle sind verwirrt. Sogar die Verwirrung. Die Verwirrung ist verwirrt. Ja. Ist Stani tot? Ich glaube, Stani hat's erwischt. Das wäre schade. Ich wünsche Stani den Sieg. Nee, Stani ist noch da. Stani ist noch da. Krass. Glaube ich. Siehst du, wenn man mal ein bisschen besser abgeschnitten hat, macht's auch direkt Bock. Junge, diese... Diese Red Dot SMG, die ist ja komplett busted. Oder? Alter, Standardskill, Digga! Ah, nee, das ist gar keine SMG. Nee, der ist die AUG. Mit dem Red Dot? Mhm. Nee, ich meine diesen kastenförmigen Red Dot, nicht der Kreis. Junge, Junge. Ja, ich glaube, ich weiß hier. Haben die Bock. Leut. War aber... War aber ein guter Gedanke. Stani hat's gemacht. Endlich mal. Sein... Wirklich verdient. Verdienter Sieg. Zurück zur Lobby. Wir gehen da hin, oder? Blau. Blauer Marker. Das ist bei mir noch Fragezeichen. Äh... Das ist Lock, Jam, Lambert... Oder Shifty. Oder wir gehen Shifty, genau. Abfahren. Ja, perfekt. Junge, ich hab die halbe Map nicht aufgedeckt. Das ist einfach auch so geil. Nur so... Ja, machen wir jetzt die X27er D-Taktik oder 24er? Ich wollte... Ja... Oh, ich hab Shifty Chefs noch nicht aufgedeckt. Lass da hin. Ja, ich lande auch wieder da oben. Letzte Runde, Sterzig. Nochmal alles geben. Ist das die letzte? Ja, sechste Runde. Okay. Ich dachte sieben. Äh... Nee, ich glaube sechs. Oder? Chat, sechs oder sieben Runden? Ich weiß es auch nicht. Sieben, sagen alle. Okay, einer ist über uns. Zwei, zwei kommen hier. Die sind rechts über uns quasi. Okay, die fliegen aber weiter. Da, was ich zuerst markiert hab. Okay, nice. Äh, die sind hier. Okay, dann lass sie hier komplett durchlooten. Ja. Ich geh mal diese Dreckskuss da. Kuss da, ja. Achso. So. Na. Sehr gut. Mein Gott. Na, ne. Ich glaube, shift die Chefs ist aber auch etwas, wo viele Leute noch durchgehen. Im Nachhinein. Also, ich glaube, wir dürfen hier trotzdem mit einigen Leuten später noch rechnen. Meinst du? Zumindest war es eher halt in der ersten Runde zum Beispiel so, dass halt dann noch andere Teams kamen. Ich hab auch so eine grüne Shotgun, wenn du Bock hast. Hier ist eine grüne SMG. Ja, grüne Shotgun, gerne. Ich nehm mir mal. Huch. Ich will hier nicht. Du erworben, bitte. Max, kannst du mir bitte helfen? Ich komme nicht weg. Echt? Ne, mein Charakter will hier die ganze Zeit. What the fuck? Du erworben, ich kann nicht weg. Jetzt. Okay. The fuck? Okay, lass hier komplett shift die looten. Warte kurz, ich nehme mal das Schild. Bevor wir reingehen. Also, die werden noch 100 Pogo rumkommen, ne? Ja. Naja, die sind halt nördlich von uns gelandet. Die Zone ist südlich. Ja. Ey, brauchen wir das Gold für die Automaten? Siehst du? Ja, die sind hier oben schon. Ja, ist direkt hier schon. Weißt du, wer ist das? Äh, äh, aimt auch nicht. Mate ist unten. Ja, scheiße. Okay, ich, ich werde jetzt versuchen uns. Das ist Reapers schon wieder. Der landet halt seit der ersten Runde, glaube ich, immer hier. Ah, okay. Ja gut, da habe ich, glaube ich, keine Schnitte. Ne, glaube ich auch nicht. Kann sein wegrennen. Hat er mich gesehen? Fuck! Ey, krass, woher wusste er, dass ich hier unten war? Ja, ich glaube, er hat einfach nur alles gecheckt, was geht. Oh, okay. Deshalb, ich, ich, ich... Ja, na, ja, was soll ich sagen? Ja, da haben wir ja keine Schnitte, Alter. Bitte. Reapers und so, oder? Einfach, einfach suchtis, die beiden. Mhm. Ja, krass, dann landen die echt die ganze Zeit hier. Vermutlich, ja. Die kennen sich hier einfach wahrscheinlich am krassesten aus. Bin hier früher auch immer gelandet. Ja, aber wenn du... Ja, ja, wenn du halt confident bist und sagst, okay, man kann hier in der Lobby, sag ich mal, jedes 2-on-2 fighten, dann gehst du halt immer zum gleichen Spot. Ja. So. Dann waren das auch die, die ein bisschen schlechter angeflogen kamen und sich deswegen entschieden haben, mehr nach Norden zu fliegen. Ja, krass. Du, dann machen wir einfach nächste Runde das wieder, was wir letzte Runde gemacht haben. Da ganz am Norden das Ding. Hä? Das ist so die Taktik halt. Das ist einfach eine Quest. Oh, ich guck Clash Games zu. Warum guckst du Clash Games zu? Nee, ich switch durch unten. Hey, ich kann das nicht mal. Bei mir steht einfach nur Match-Statistik. Ich kann zurückklicken und dann fortfahren. Nee, beobachten. Ah, hier, jetzt. Sehr gut. War doch die letzte Runde, ne? Ja, das war's dann wohl. Mein Wave X Phoebe. Ist das ein Pro-Gamer von Wave? Ja, Lost. Absolut Le... Nee, absoluter Lena. Ich klicke gerade durch. Ja, ist wohl doch die letzte Runde gewesen. Echt, ja? Das schreiben alle. Ja. Ja, na ja. Na ja, gut. Gegen Ende. Ich glaube, Red haben wir jetzt dann nicht überholt, leider. Nee, leider nicht. Ja, wenn du so früh stirbst, ohne Kill, dann kannst du vergessen. Dann sind wir jetzt... Wollen wir froh sein, wenn wir Top 40 sind. Ja, ich denke, selbst das wird schwer jetzt. Mal gucken. Bitter. Bittere Pille. Einfach eine bittere Pille, meine Damen und Herren. Krass, du hast aber hier ganz gut Viewer-stärzig. Ja. Hier, stimmt. For Inscope, Maxify, Orange-Morange, Digga. Ah, das ist Wichtiger, dem habe ich gekillt. Da gucke ich mal rein, wer ist Wichtiger? Ja, was, was? Guck dir bitte mal den Stream von Wichtiger an. Der heißt einfach Wichtiger. Jungen, wie oft wir darüber geredet haben. Heißt der einfach Wichtiger? Ja, einfach nur Wichtiger. Stimmt. Jungen, den habe ich gekillt, geil. Jungen, so einen habe ich gekillt, da bin ich relativ stolz drauf. Also, Chat, ihr müsst wissen, also jetzt nichts gegen ihn ist... Ich kenne den gar nicht, nee. Ich kenne den auch nicht, aber wir haben so häufig drüber geredet, wie so richtig viel so Fortnite-Apex-Streamer, die halt so richtig viel nur ein Spiel streamen und richtig gut... Ja, und Shooter. Dass sie richtig häufig halt so Keyboard-Cams haben. Einfach nur Keyboard und Maus. Ja, wo man Tastatur und Maus sieht. Und ich frage mich einfach nur, Max auch, so top-down. Warum will man das sehen? Also, was bringt es mir zu sehen, wie der mit seinen Händen eine Tastatur bedient? Also, ich meine, kann er machen, wie er will, aber es ist halt witzig, weil... Ja. Weil wir halt schon mal drüber geredet haben. Ja, selbst wenn du ja richtig, richtig high-peak gut in dem Game bist, juckt es dich ja nicht, wie das... Ja, ich kann halt auch richtig auf meiner Tastatur rumhacken, weißt du? Ja, also klar, welche Hotkeys er hat und sein Layout, okay, aber das so durchgehen, da finde ich doch eine Cam vom Gesicht oder so tausendmal interessanter. Chat, findet ihr so Keyboard-Mouse-Cams, findet ihr das nice oder ist das so... Oder hat das für euch irgendeinen Reiz im bestimmten... Ja, wenn, genau, wenn, dann würde mich mal der Reiz interessieren, also... Überhaupt nicht. Nee, aber wenn ihr euch entscheiden könntest, für all die jetzt zum Beispiel Bassi GHG gucken, ich weiß, dieser ist ein Minecraft-Streamer, glaube ich, und ich glaube, der hat das auch nur. Aber der redet auch und macht so Comedy-Sachen und coole Formate. Ja, aber der wäre ja noch wichtiger eine Cam zu haben, oder? So, findet ihr das... Findet ihr eine Facecam geil... Oder fändet ihr zum Beispiel bei Bassi GHG eine Facecam geiler als diese Mousecam? Weil ich glaube, Facecam macht doch alles viel, viel besser. Also so richtig aufs Gesicht und nicht nur die Hände. Ich glaube, wenn die Kamera auf den Händen ist, ist es geiler, weil die Person vor der Kamera halt nicht zu sehen ist und man kann sich einfach ein bisschen mehr entspannen. Aber... Und das macht halt den Stream halt ein bisschen dynamischer, als wenn nur Gameplay da ist. Aber ist doch eigentlich nicht so geil. Ja, also ich muss auch sagen, ähm... Ich stream richtig... Also ohne Cam ist einfach super entspannt. Ich glaube, die Leute würden die dann nicht ihr Keyboard und ihre Maus einblenden, würden sie einfach keine Cam machen, weißt du? Genau. Und ich glaube, deswegen denken sie, ja, vielleicht hat es einen Mehrwert. Rein damit. Mir reicht nur seine Stimme. Äh, also ich glaube, bei Bassi GHG zum Beispiel, ihr kennt ihn ja nur so. Also er hat ja bis jetzt nur eine Herr Handcam gemacht, das gehört zu ihm und deshalb, ihr mögt ihn ja trotzdem, ist ja auch richtig. Aber ich glaube, würde der auch von Anfang an mit Facecam streamen und so, dann wäre es euch genauso recht. Oder fändet ihr es kacke, wenn er das dann nicht machen würde? Also ich glaube, wir schließen da auch zu viel von uns auf andere. Also wir sind ja super kamerapräsent immer und haben da gar kein Problem mit. Aber jeder Mensch ist ja unterschiedlich und ich glaube, es gibt einfach auch richtig viele. Zum Beispiel Maxify hatte ja auch ewig auch gar keine Cam. Niemand wusste, wie er aussieht. Denen ist es einfach lieber, wenn sie quasi da wie ein Larry rumhocken können. Und ja. Also fühle ich aber auch. Ja, ja, übe ich auch. Also wenn ich ohne Facecam streamen würde und es würde keinen jucken und es wäre voll fein und so. Hallo? Oh, hallo. Hoher Besuch. Ah, hallo. Ist hier hoher Besuch? Ja, ich find's. Amara, es geht. Moin. Ja, hi, ne? Schön, dass du vorbeischaust. Ich find's extremst, also weiß ich nicht, unbefriedigend, Real Talk bei so vielen Earnings in dieser Duo-Konstellation bei euch, dass da so wenig bei rumgekommen ist. Ja, aber es sind ja keine Official Earnings, ne? Ja, stimmt. Also ist ja ein Fun-Turnier. Ist ja ein Fun-Turnier. Du, da rufen wir euch natürlich auch nicht alles ab. Also ich muss tatsächlich mich mal beschweren. Ja, ja, wir haben was anzumerken. Also wir haben etwas anzumerken. Ich glaub, wir haben fünf Runden von den sechs spielen können, weil wir beide einmal rausgeflogen sind. Gut, passiert. In der einen Runde ist mein PC gecrashed und Max spielt gleichzeitig. Gut. Das heißt, da konnten wir nicht teilnehmen. Aber. Und, aber, unter den fünf Spielen, die wir gespielt haben, hat mich Standardskill viermal geholt. Und das geht nicht. Teilweise auch so völlig, also wirklich, in der einen Runde sind die halt auf dem Turm, holen mich weg, ist völlig fein. In der zweiten Runde landen wir in so einem Schiff. Alles ist fein, wir töten da ein paar Bots, weil wir haben keine Ahnung von Fortnite. Bis jetzt, also jetzt von den neuen Patches. Töten da ein paar Bots, plötzlich kommt Standardskill und macht uns weg. In der anderen Runde sind wir richtig weit, bis jetzt unsere beste Platzierung. Und dann ist plötzlich wieder Standardskill vor mir. Ja, also der jagt uns. Es ist einfach unangenehm. Es ist unangenehm und gemein. Nee, ist auch, keine Ahnung. Weißt du, wir sind das erste Mal dabei. Ich hab mir extra heute Abend freigenommen, Amar. Du weißt, wie das ist, ja? Ja, ja, weiß ich. Und ich hab hier so viel Spaß. Und dann kommt Standardskill drei-, viermal hintereinander. Nee, und ... Weiß nicht mehr, was ich sagen kann. Also, es ist aber einfach ... Atme durch. Nein, nein. Und dann kommt ASMR, Janina und Hulnus auch noch weg hier. Ja, ASMR, Janina hat uns auch geholt. Alter. Und wir haben dann gesagt, Mann, jetzt hat uns ASMR, Janina geholt. Ach, mir Scheiß. Alter, bin ich so sauer. Naja, es ist ... Weißt du, was ich feiern würde, wenn ihr mal als du und ASMR zusammen aufnehmen würdet? Ey, das haben wir die ganze erste Runde danach gemacht. Ja. Aber hat's leider nicht in die Clips-Highlights geschafft. Ach so. Ja, dann Uncut hochladen. Jalla. Ja, auf jeden. Ja, perfekt. Schick deinen Link. Aber nur, wenn es Standardskill nächstes Mal nicht dabei ist. Hey, Amar, ich muss aber sagen, richtig, richtig rundes Teil. Richtig impressive, wie das produziert ist mit den animierten Overlays. Du deiner Solo-Regie. Es ist nicht ohne. Du hast den Fokus trotzdem noch viel auf Unterhaltung. Checkst alle gleichermaßen ab. Und auch die Clips-Highlights, Alter, nach jeder Runde. Krasse Props. Finde ich richtig heftig. Also gerade, wenn ich damals so ... Ich würde jetzt mich mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen. So Amar, äh, ne? Also damals so Bal-ähnliches Format. Deswegen weiß ich ja so ein bisschen, was da alles hinter steckt. Ist schon sehr, sehr krass, was du hier ... Äh, ja, du. Schöne Spitzhacke. Ah, ach so. Oh, hm. Da wollte ich mich mal kurz ... Nö, kann man mal klämpfen, den Chat ballern. Also wirklich. Ist, glaube ich, mittlerweile ein bisschen selbstverständlich, weil man einfach diese Qualität bei dir gewohnt ist. So, und jetzt komme ich mal wieder langsam raus aus deinem Arschloch. War letzte Runde, ne? War letzte Runde. Naja, aber das ist auch sehr schön zu hören. Das ist Honig in meinen Ohren, weil das ist ... Ja, muss ja auch sein. So was zu hören, ist auch sehr schön, ne? Weil wenn es jemanden gibt, der auch sehr geil produzieren kann, auch gerade was YouTube-technisch angeht, dann bist du das, Digga. Ja, danke dir. Und Sterzig ist auch dabei, ne? Sterzig, wie geht's dir? Ja, ich höre euch zu. Ich bin immer noch ein bisschen ... Sterzig ist ein Standardskill, aber ... Okay, dann Sterzig, ich sage jetzt auch, was ich an dir mag. Ich mag sehr, sehr gerne an dir, wenn du die Cappy falsch herum umgedreht auf deinem Kopf trägst. Dankeschön. Und dein heutiges Outfit. Ich mag dich auch, Amar. Das Outfit ist wirklich heute grandios. Nee, aber bist du ... Ich pass mich mal an, aber irgendwie ... Ja, aber irgendwie machen das die anderen nicht, ne? Ja, da frage ich mich auch so. Also, die trainieren halt zehn Tage vorher. Your rotations, appreciate ich auch. Und denken sich nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, cooles Outfit, ist ja kein Aufwand. Ja, aber der Mix macht's auch sterzig, muss ich auch sagen. Also, gibt ja auch Leute, die ja rum, ne? Bisschen rumjerken. Und dann gibt's Leute, die haben vorher Bootcamp gemacht. Und das ist ja hier ein Format für alle. Ach, zum Beispiel Standardskill. Ja, zum Beispiel Standardskill. Aber kein Miss-Foot, aber ... Falls du das hörst, ne? Morgen kommt Ansage-Video. Morgen kommt Ansage-Video auf A zum Erste, Junge! Komm doch! So, Entschuldigung, das musst du einfach raus. Ja, entspannt. Oh, ich guck gerade, Standardskill, der ist auf dem Schiff drauf. Oh mein Wiener! Da ist er nämlich die ganze Zeit ... Oh, Wunder! Oh, Wunder, Standardskill! Mann! Ich hab wirklich noch gewollt! Oh, Sand! Ich muss an! Passкраf, wir gucken, was ja ...